Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass Sie zu mir gefunden haben. Ich möchte Ihnen kurz ein paar Gründe nennen, warum Sie den Klick, der Sie hier hingeführt hat, nicht bereuen werden und warum Sie diesen Kanal abonnieren sollten. Worum geht es hier? Es geht, wie der Name schon sagt, um Selbstversorgung. Es geht darum, ob und wenn ja, unter welchem Aufwand es möglich ist, eine Familie mit eigenen Nahrungsmitteln zu versorgen. In Zeiten, in denen längst nicht mehr sichergestellt ist, ob das alles so gut ist, was einem im Supermarkt vorgesetzt wird, liegt es nahe, die Ernährung in die eigenen Hände zu nehmen. Dazu haben wir uns ein Grundstück besorgt, damals noch Pferdewiese, was so groß ist, wie es jeder in irgendeiner Form, so er denn will, noch zusammenbekommen kann. Und wenn er sich drei Schrebergärten mietet, dann daraus haben wir einen Garten gemacht, wir haben Tiere angeschafft, Enten, Bienen, Gänse, Hühner, Kaninchen. Es geht darum, ob und wenn ja, mit welchem Aufwand es möglich ist, eine Familie mit eigenen Nahrungsmitteln zu versorgen. Das Ganze ohne Dogmatismus, sondern mit viel mehr Pragmatismus und einer riesigen Portion rheinischem Humors. Ich wünsche Ihnen viel Spaß auf meinem Kanal. Schauen Sie sich durch die Filme. Das sind mittlerweile einige hundert Filme. Sie werden mit Sicherheit interessante Sachen dabei finden. Viel Spaß.